So, heute gehen wir auf Lektion 4 in der Messias-Messierin-Serie. Und das beschäftigt sich mit diesem Teil deines Körpers, hier. So, hier ist der Rippenbogen und knapp links davon, diesem Bereich hier, da beschäftigen wir uns. Aber vorweg etwas sehr Wichtiges, dies habe ich erklärt in Lektion 1 und ich werde dir immer wieder daran erinnern, dein Herz, alles vom Herz tun. Weil hier gibt es nur Wissen oder ausschließlich Wissen. Und Wissen muss real sein. Hier gibt es Glauben und du kannst alles Mögliche glauben, aber es muss nicht real sein, es muss nicht wahr sein. Hier gibt es nur Wissen und Wissen ist immer wahr. So, wenn dir jemand etwas erzählt, nimm es in deinem Herz. Überprüfe es da, ist es real, ist es wahr oder ist es eine Lüge. Hier weißt du immer. Anhandle immer nach Wahrheit. Das ist das Allerbeste für dich und das Allerbeste für deine Mitmenschen. Bring es denen bei. Immer Wahrheit zu wissen und daraus zu handeln. Eine Welt, die dadurch transformiert wird, ist ein wunderschöner Ort. So, unsere Lektion heute, diesen Bereich hier. Lenke ganz, ganz leicht deine Aufmerksamkeit hier hin. Bemerke, dass dies da ist. Ganz, ganz leicht. Und dann bemerke, dass hier allmählich ein weiss-goldenes, strahlendes Licht erscheint. Und einfach hier sitzt. Und dass dieses Licht dann seine Energie in deinen Körper reinstrahlt und bringt mit sich viele, viele gute Dinge und neigt, viele, viele unangenehme Dinge aufzulösen. Es ist ein ganz sanfter. Du erlaubst, dieses Licht hier zu sein. Sobald du es erlaubst, so wird es zu dir kommen. Und erlaube dieses Licht, dich durchzustrahlen und aufzufühlen. Du wirst dir selbst richtig darüber freuen, was du dadurch erfährst. Danke. Namaste. bulkhead Untertitelung des ZDF, 2020